Was sind die besten Möglichkeiten, Blutungen zu kontrollieren? Übermäßige Blutungen können furchterregend sein und die Folgen, wenn die Blutung nicht kontrolliert werden kann, kann in einigen Fällen zu Schock oder Tod führen. Wenn Sie jedoch aller Tipps und Tricks verstehen, können die meisten Menschen schwere Blutungen und leichte Blutmengen kontrollieren. Die Erste-Hilfe-Methode zur Kontrolle der Blutung unterscheidet sich stark, da sie stark von der Art der Verletzung und dem Körperteil der Verletzung abhängig ist. Verletzungen können drei verschiedene Arten von Blutungen verursachen. Kapillarblutungen treten auf, wenn ein kleines Kratzen oder ein kleiner Schnitt Kapillaren auf der Hautoberfläche aufbricht. Sie sind die kleinsten Blutgefäße im menschlichen Körper, und Kapillaren produzieren nicht viel Blut, wenn sie zerbrochen sind. Die Kontrolle von Kapillarblutungen erfordert normalerweise die Reinigung der Wunde und das Abwischen des Blutes. Der natürliche Blutgerinnungsmechanismus des Körpers sollte die Blutung in wenigen Minuten stoppen. Die zweite Art der Blutung ist die venöse Blutung, die auftritt, wenn eine Vene aufgeschnitten wird. Tiefe Schnitte führen normalerweise zu venösen Blutungen, die an langsam fließendem dunkelrotem Blut zu erkennen sind. Die beste Möglichkeit, die Blutung der Venen zu stoppen, ist der direkte Druck auf die Wunde mit steriler Gase oder einem sauberen Frottierlappen. Eine spezielle Gase, die das Stoppen von Blutungen unterstützt, weil sie sich mit Blut nass färbt, kann auch verwendet werden, wenn sie verfügbar ist. Die arterielle Blutung ist die letzte und gefährlichste Art der Blutung. Wenn eine Arterie durchtrennt wird, produziert sie stark fließendes, hellrottes Blut, das manchmal jedes Mal heraus spritzt, wenn das Herz schlägt, um mehr Blut zu pumpen. Um die Blutung zu kontrollieren, muss direkter Druck auf die Wunde ausgeübt werden. Ungebrochene schwere arterielle Blutungen können in weniger als fünf Minuten zum Tod führen. Unabhängig von der Art der Verletzung sollte die Wunde nach Möglichkeit angehoben werden, um den Blutverlust zu verringern. Außerdem sollte das Tuch oder die Gase, mit denen auf eine schwere Wunde Druck ausgeübt wird, erst entfernt werden, wenn die Blutung vollständig gestoppt ist. Wenn es entfernt wird, muss vorsichtig vorgegangen werden, um ein erneutes Öffnen der Wunde zu vermeiden. Wenn das Tuch durchnässt, ist es am besten, ein weiteres Stück darüber zu legen und weiterhin Druck auszuhäben. Nasenbluten werden typischerweise durch gebrochene Blutgefäße im Symptom verursacht. Um Nasenbluten zu stoppen, muss die Person auf rechts sitzen oder stehen und ihre Nase fünf bis zehn Minuten lang kneifen. Wenn die Blutung nicht aufhört, muss ein Arzt aufgesucht werden. In ähnlicher Weise erfordert eine übermäßige Blutung, die nicht kontrolliert werden kann, und jede Art von Kopftrauma sobald wie möglich ärztliche Hilfe.